ich bin unterwegs hier aber dafür krieg ich das nächste vierer sco boheek ja aber nicht von mir Mike also ich krieg's ja nicht viel das ist das ist so typisch mit Jaina Wienzen weißt du ja du hast ein trade angeboten der geht ja nicht an mich da das item ja nicht an mich geht dass du vertradest von daher die M4 ich dachte du wolltest die holen was die Ska ist ja gleich die M4 du Bitch nein die Ska ist hab ich gesagt ja dann dann ja wenn du nichts anderes hast dann nimm uns holst du rum dann holst du ja rum kein Teamplay und so ja nimm ne Teil jetzt das steht Hashtag no Teamplay ist so also no Teamplay klaut der mir die Ska ist so ein der Joke ist jetzt am fünften Mal schon ausgelutscht das ist schlimm Binnen trafrodel позволite das ist der Typ wenn er ganze Ruhig, es funktioniert. Ruhig, das funktioniert. Wir müssen nach Süd-Osten. Austin? Austin Powers? Was haben wir eigentlich Bloody für einen Spitznamen gegeben? Wo ist Wasser, Bloody? Ich war nur noch für... Das wäre optimal. Ich weiß nicht, das wäre vollgeil. Ich weiß nicht. Why are you always lying, Nigga? Da war eine Flashback. Jungs, halt mal kurz die Fresse. Sollen wir mit dem Auto irgendwo reinfahren? Ruhe, Auto. Ja, ich auch ein Auto. Austin. Zwei Autos. Die fahren, glaube ich, zu mir hier hoch. Die fahren zur Schule. Ja. Darf ich schießen? Ich hole eben noch das Auto hier in die Straße rein. Weil ich will hier eigentlich wegfahren. Ich will auch hier weg. Ich will auch hier weg. Ich will auch hier weg. Ich will hier weg. Ich will zu meiner Mama. Ich will zu meiner Mama. Halt er extra an. Damit ich keinen überfahren muss. Und ja. Weiter. Warum haben wir eigentlich so wenig SKS? Ben. Ben. Ich mag die SKS nicht. Immer noch nicht. Ben hat keine SKS. Null stehen. Ben. Ich habe eine andere Sniper. Lass mich in Ruhe. Nein, Ben. Guck mal hier rein. Guck mal zu mir rüber. Und? Was passiert, wenn ich jetzt links klinge? Nein. Tu es nicht. Achso, weil du die Pen in der Hand hast. Ne, nicht tu ihn bitte. Ja. Ja. Wow. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum? Warum fährst du so komisch schräg runter? Weil er hat absoluter Retard. Weil er im Moment gar keinen, gar nicht fahren kann. Wenn du jetzt den letzten Mal fahren musstest. Der hat fast jeden fucking Baum mitgenommen. Ben. Ich gebe dir jetzt die Pen in die Hand und eine Rücksprüfung. Ich habe nicht. Ich will nicht fahren. Jetzt tu zumindest nicht direkt vor dem Rundenau sein. Fahr hinten rum. Okay. Wenn du nicht fahren willst, dann steig nicht auf den Fahrersitz ein. Da ist er hier in dem Haus drin. Du. Dann lass uns da hingehen. Mit Charlie. Du musst jetzt nicht zurückfahren. Das ist das Vitale. Ja. Bleib auf dem offenen Feld stehen. Das ist besser. Ja. Halt jetzt eure Fresse. Meine Fresse nochmal. Da kommen schon die ersten Schüsse rein bei mir. How to be a Faggot. Vincent Style. Vagina Vincent. Das war meine Pen. Oh shit. Oh shit. Von hinten. Okay. Warte. Wieso hast du dich da hingestellt? Ich habe keine Ahnung. Digga. Du hast... What the fuck? Warum stellst du dich jetzt da hin? Ich lauf mal hier rum ne. Von wo? Vom Osten. Aus den fucking Häusern im Osten Mike. Und zwar genau im Osten. Aber wer soll ich vielleicht da erst das offene Feld drauf gerannt? Ich stand hinterm Baum. Die sind hier im Haus? Ja auch. Aber... Ja siehste? Hier sind ja auch Leute. Hier ist ja auch ein Auto und Chully und alles. Ja weil die Fresse. Ich fresse jetzt Eis, Alter. Hier neben mir sind... ... sind Steps. Trust eating. Du der hat mir voll den Schädel abgeklatscht. Neben mir hier im Haus sind Steps. Ich war heiß. Ja ich habe es gehört. Das erste Mal schon. Ja nur keiner hat reagiert deswegen. Wo es in Jebs angekommen ist. Was soll ich denn sagen? Ja keine Ahnung. Der Vladi hat doch mittendrin rumgelabert. Ja das war dein letzter. Läuft. Oh der hat einen Achtfachskopf. Das nehme ich doch. Was? Der hat einen Dreier. Den nehme ich auch. Wie viele Leute liegen da, Alter? Hast du einen Zweier übrig da? Ich habe einen Zweier übrig, ja. Kann ich hier rausschmeißen. Ich habe hier einiges übrig. Da haben wir doch was geschossen, Alter. Nur auf dich. Deswegen bin ich da eigentlich hingegangen zu bluten. Geht doch eine SKS, ich denk's. Die Rass kommt. Ich habe da auch irgendwann einen Zweier reingeschmissen. Oh Zweier, ja. Können wir uns da ufeinigen, dass Vincent nicht mehr fährt? Das darf das nicht daran, dass ich nicht zu fahren bin, dass du gefahren bist. Da hat er auf jeden Fall recht. Nein. Wir schießen mal ein bisschen zurück. Das war auch keine Ausrede dafür, dass ich gestorben bin, du fährst. Einfach scheiße. Alter, hier liegen ein paar Vierleute. What the hell? Ja, bei der habe ich schon rausgenommen. Ist doch jemand ein Viererscope oder so von meiner SKS? Vincent hat eins. Viererscope. Du hast ja vorhin noch gesagt, du hast ein Viererscope genootet. Ja. Für meine SKS. Ja, das kannst du abgeben. Nein. Guck dir das an. Kein Teamplan in dieses Board, holy crap. Boah, das Game ist so auf den Helden. Das war ja so oder so gegen dich gerichtet, ne? Ja, nicht irgendwo noch einen Zweierhelm? Ich finde es geil. Ich habe einen Zweierhelm gefunden hier oben. Der war sogar noch plus Team. Hab ich auch, nice. Keiner hat den Typ mit dem anderen Achter-Scope hier drin gesehen? Unscheinend nicht. War noch nicht drin. Der hat echt noch einen Achter-Scope gehabt? Ja, aha, und zum Plötter von Acker. Boah sick, was drauf. Yes. Nein. Nein, doch. Die im Osten springen rum. Ja. Ah, die haben Besuch, deswegen. Haben die Besuch? Darf ich die auch besuchen? Mit meinen Kugeln direkt gerichtet. Die sind, da ist direkt noch jemand, noch ein zweites Squad im Haus. Oder wie viele SKS sind die in dieser Hütte? Die wurden dann bloß gekillt. Im Haus. Er ist echt Fummelpuff. 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 Ja, stand jemand im Vor... And Diana Jones. Was? Hier sind ein paar viele Leute gestorben. Das muss man ja mal so sagen. Alter, es sind noch 23 am Leben und ich konnte noch keinem... Ja, wir müssen. Da war auf jeden Fall einer. Da Fummelpuff hat jemand gekillt. Im Fenster eben. Da hat doch grad was. Ja? Ja, beim ersten Mal, wo du da drüber gefahren bist. Oh, ist noch ne Pan. Läuft. Da ist er. Ja. What? Der wurde dreimal getroffen, oder? Ja. What? Aber wenn du in den Arm und Beine schießt, machst du glaub ich deutlich weniger Damage. Ich hab ihn in den Oberkörper getroffen. Das ist das, was mich grad so aufregt. What the fuck? Die müssen in den Westen. Die müssen zu uns kommen. Ist doch schön. Ja, dass sie zu uns kommen. Aber der Stein da oben ist zum Beispiel schon mal drin. Ist ganz praktisch. Aber gut, dann lassen wir sie erstmal. ein bisschen schnappeln. Nicht, dass sie ein Auto da haben am Ende. Das kann durchaus sein. Aber wir haben auch ein Auto. Ha! Ich seh ja, wir haben sogar zwei Autos. Das ist voll interessant zuschauen und Eis zu fressen. Holy shit. Ich glaub ich guck mir ein Porno an. Ich seh jemanden, die laufen zu nem Auto. Schießt auf das Auto. Zu welchem Auto laufen sie denn? In welche Richtung? Die sind Richtung Süden gelaufen. Da war ein Jeep. Aber ich weiß nicht, ob das die Typen waren. Das könnten auch andere gewesen sein, weil die waren im roten Haus. Da kommt auf jeden Fall die Zone und der Jeep fährt. Ja, wir müssen weg hier. Mit Auto oder ohne? Ohne jetzt bitte. Ja, ohne. Oder? Es ist wahrscheinlich die Süden. Ne, ohne. What the fuck. So. Ihr müsst aufpassen. Im Norden waren wahrscheinlich noch welche. Süden, der Jeep hat angehalten. Mit nach nem Feld. Die rennen dort. Aber keine Vision. Gibt mir genauere Richtungen, wenn möglich. Süden. Genau Süden auf dem Feld. Hinter den Bäumen gerade. Von dir aus. Einer ist Watchtower. Watchtower ist auch noch was drin. Einer ist noch oben an der Tür. Achso, du hast auf Watchtower geschossen. Hast du auf dem Watchtower geschossen? Ja. Da steht immer neben dem Watchtower sogar. Oh, schießt du nicht auf ihn, man? Warum nicht? Weil ich ne Car hab, man. Wir müssen ein bisschen weiter nach Ost. Die Typen im Süden sind nicht tot, ne? Ja, noch nicht. Oh! Die aus mir auch. Aber auf die wird geschossen von den Typen auch aus dem... Ich wurde aus dem Süden beschossen. Ich weiß nicht von wo genau. Da liegt einer auf der anderen Seite der Zone, genau im Süden. Ja, ich sehe ihn. Ja, verdammt zu tief. Einen im Süden erwischt. Ich hab zwei unten im Süden gekillt. Instant kill. Beide tot. Ich lauf weiter in den Osten schon mal. Ja, wir müssen weiter. Holy shit. Wir können ein bisschen weiter in den Berg runter gehen. Haben mehr Bäume und dann geht weiter nach der Berg auf. Was los? Hier vorne an dem Watchtower stehen drei Fahrzeuge. Was los, Ben? Weil ich den Typen nicht treffe, der im Südwesten inzwischen gerannt ist. Jungs, hier oben an dem Tower sind drei Fahrzeuge. Ja. Die Frage ist, wollen wir da hoch oder wollen wir nicht da hoch? Sind sie alle da drinnen? Ich hab Frags. Also wenn überhaupt sitzen sie alle da drinnen und ich hab Frags. Einer ist weiter straight südlich von uns gelaufen. Wir will uns von links aus circlen. Wir laufen gerade erstmal in die Zone, weil die Zone kommt. Ja, der ist hinten links auf ungefähr 120. Die Tür ist offen. Die obere? Ja. Schmeißt du ein Ate rein? Bin schon dabei. Rinner. Ich bezweifle, dass da noch wer drinnen ist. Sicherheitshalber Nades reinwerben. Das sind auf jeden Fall geile Steine. Oh, holy shit. Hallo Zone. Holy shit, hallo Zone. Au, au, au. Zone, 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 Zone. Da hab ich keine Dings mehr. Keine First Aids. Hab ich, komm her zu mir. Ja. Ich hab's hier abgelegt drinnen. Danke. Also, wenn ja entweder wohl der Typ im Buselt oder der läuft noch. Wenn's nicht, lauf hier auf den Berg hoch. Hab da nix gesehen, ja. Ich follow ein bisschen. Ich bleib links an der Ridge. Weiß nicht, im Norden kann halt immer noch was sein, ne? Ja, im Norden waren auf jeden Fall. Wird Chipped eben schießen hören. Dann lass gucken, dass wir den Norden halt immer ablegen. Puh. Hier ist aber wieder... Oh, fuck, da ist ne... Fuckboy Shad. Und da ist die Tür offen an der Fuckboy Shad. What the fuck? What? Von wo? Von Norden. Von wo? Oh Leute, der liegt da in dem Busch drinnen. Der liegt zu dritt in dem Busch. What the fuck? Wie kann der denn mich sehen, aber ich hier nicht? Oh mein fuck. Bewegung. Habt ihr Granaten? Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Oh fuck. Ich war der Meinung, wir haben jetzt von hinten wieder was gekriegt. Ich bin down. Ja. Warum ist das jetzt so leise, man? Ja, im Moment ist das ein Problem. Du hörst teilweise gar keine Schritte mehr, wenn die hinter einem laufen. Ich denk die ganze Zeit, die Leute schießen mit Schalldämpfer, weil's so fucking leise ist. Kannst du nicht mal aufheben, Vincent, oder? Mit Glück, Ben, mit Glück. Einzige, was ich nicht höre, sind die Steps. Die Schüsse sind mega laut. Ja. Ich muss erst mal... Wir sind nur noch die Steps im Moment behindert, das ist das Problem. Nur in Häusern sind die halt brutal. Ja. Pass auf, da könnten welche direkt unten an der Rage sitzen. Oben sitzen wir erstmal welche. Innen sind das einen direkt mit ihrem Baum, ne? So, schon lange. Okay. Einer noch hier oben bei mir am Fuckboy Shad. Ja, weiter Nordwesten ist auch noch einer. Ich laufe um die Fuckboy Shad drumrum, versuche ich zumindest. Zwei rausgenommen. Au, au, au. Von unten. Verdammt, von unten, von unten. Ja, von Süden. Da ist er. Schießen. Haben mich gefinisht. Du bist da jetzt voll offen, wo du hinläufst. Keine Granaten mehr, Vincent. Und da sind noch welche oben am Fuckboy Shad. Ah, der Shuttle! Du musst jetzt hören, ob er kommt oder nicht. Oha. Oha. Oha, schön witzend. Letzte sind wahrscheinlich oben bei Fuckboy Shad, da sind welche ausgeblutet. Ähm. Hat der Typ bei euch auch so die übelste Matriktion gemacht? Oha. 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 Fuckboy? Spring auf den Stein, spring auf den Stein, Ben. Spring auf den Stein, spring auf den Stein. Entspannend des Stein. Lass auf den Stein, spring auf den Stein. Spannbar lesben Sixten? Da liegt der Schön Vincent Danke für die Ruhe am Ende